Stereotyp Bild und Image. Was hat es mit diesen Begriffen auf sich und was verbindet sie? Dazu treffen wir Mason und Juna. Beide sind Austauschstudenten an der Hochschule in Mittweida, haben sich aber noch nicht kennengelernt. Ein gemeinsamer Freund möchte die beiden gerne verkuppeln und organisiert ein Blind Date. Das Einzige, was sie beim Zubeginn voneinander erfahren, ist, dass Mason aus Amerika und Juna aus Japan stammt. Das bevorstehende Date macht beide sehr nervös und in ihren Köpfen entsteht ein Bild vom jeweils anderen. Wie er wohl aussieht, muss man bei ihrer Kultur etwas beachten? Bilder können grafisch, optisch, perzeptuell, geistig und sprachlich vorkommen. Schauen wir uns die perzeptuellen und geistigen Bilder mal genauer an. Perzeptuelle Bilder beschreiben unsere Wahrnehmung, wohingegen die Geistigen unsere Erinnerungen einbinden. Diese Bilder entstehen aufgrund unserer Einstellung zu bestimmten Themen, Gruppen oder Personen. Stereotype und Vorurteile können diese dann auch noch einmal verändern. Aber jetzt wieder zurück zu unserer Geschichte. Bevor Juna sich auf den Weg zu ihrer Verabredung macht, hört sie von Freunden, dass Mason wohl sehr arrogant und eingebildet ist. Aus Junas Sicht hat sich Masons Image nun verschlechtert. Das Image ist immer immateriell und unterscheidet sich sonst nur in kleinen Aspekten vom Bildbegriff. Schließlich treffen sich Mason und Juna in einem Café. Aber leider verläuft ihre Verabredung gar nicht gut. Während ihres Gesprächs kam es zu vielen Missverständnissen. Es dauerte also nicht lange, bis beide das Date beendeten und enttäuscht wieder nach Hause gehen. Beiden geht dieses Date trotzdem nicht aus dem Kopf. Hier kommt wieder unser geistiges Bild, also unter anderem unsere Erinnerung ins Spiel. Warum es so schlecht lief, will Mason nun ergründen. Denn so soll es nicht enden. Er greift zum Smartphone und tauscht mit Juna Nachrichten aus. Sie fangen an, ihre Fehler zu verstehen und die entstandenen Vorurteile und Stereotype lösen sich auf. Es entsteht ein neues Bild und Image. Einem zweiten Date steht jetzt also nichts mehr im Weg.